ja hallo mein name ist daniel ich bin 26 jahre alt und ich bin pilot ja wie konnte man dazu pilot zu werden naja in erster linie fand ich das schon immer begeisternd wie es möglich sein kann dass 60 100 ton 200 ton einfach fliegen können weil wenn man steine in die luft wirft dann fällt er doch auch einfach auf den boden warum fliegen flugzeuge man ist mehr sehr sehr viel mit irgendwelchen leuten unterwegs man spricht halt mit denen es ist sehr international und das liebe ich und außerdem das zusammenspiel zwischen der technik und dem praktischen teil und so ein bisschen kreativ ja wie war die ausbildung 14 fächer davon einige schwerer davon andere leichter sage ich mal so leichtes fach war zum beispiel messen die lehre darüber wie das flugzeug im gleichgewicht ist und natürlich am besten fliegt fächer sowie zum beispiel aerodynamik performance und navigationen lagen die jetzt nicht so aber da setzt man sich dann hin weiß zugesagt in den sauren apfel und lernt eine woche durch ja im praktischen teil saß dann schon wieder ganz anders außer man ist viel auf dem flugplatz man ist viel mit seinen kollegen nach den ersten zehn stunden sitzt man noch schon alleine im cockpit und machten seinen ersten solo flug ja es ist eine ganz andere erfahrung das kann man gar nicht beschreiben also das erste mal in den cockpit zu sitzen und selber zu fliegen und selber so gesagt die macht über das flugzeug zu haben das ist schon überragend ja wie ich schon vorhin gesagt habe also das erste mal im cockpit ich habe nicht so viel mitbekommen ich weiß nur dass ich auf die taxiway gefahren bin und ich musste was an der frequenz ändern und ich habe das nebenbei gefilmt und dann kam es irgendwie dazu dass ich den tower 2 hören konnte er mich aber nicht und das hat so für zwei drei minuten verwirrung gesorgt aber dann war es schon okay und danach kommt man einfach raus man kriegt die dusche dass man endlich pilot ist und ja es ist einfach überragend was dass viele piloten alkoholiker sind ja ich glaube das ist so ein klischee wir haben ziemlich strenge regelungen wir müssen nicht entfliegen und wir besaufen uns halt auch nicht und wenn das heißt ja wir haben ein layover jetzt zum beispiel in griechenland natürlich können wir da ein bierchen trinken aber wir müssen nächsten tag wieder für sein es ist nicht nur deswegen weil die airline sagt 00 sondern auch man hat die massiv verantwortung und man braucht 100 prozent des verstandes ob ich kurz vor dem absturz war ja das ist wieder so eine sache absturz nehmen wir halt nicht gerne in den bund weil das ist das was wir verhindern wollen und alle flugzeuge sind so gebaut dass das flugzeug auch mit einem triebwerk weiter fliegen kann zwar nicht lange wir kriegen dann auch die meldung land asap aber man könnte weiter fliegen und wenn beide triebwerke ausfallen dann hat man immer noch ein segelflugzeug und man stürzt nicht einfach ab wie das manchmal ein film ist also wir werden alles dafür tun dass wir einen absturz verhindern aber ja bei nahen absturz ich würde es jetzt nicht bezeichnen ich würde mal zeigen wir hatten so eine kleine situation emergency situation zwar war das noch im trainingsflug ich bin nur als co-pilot geflogen bei einem kumpel und das war damals auch auf der tag von 2002 wir sind damals richtung barcelona geflogen und unsere tankanzeigen waren auf einmal auf null und dann war mir nicht mehr sicher haben wir die tanks gecheckt oder nicht ich war mir nicht mehr sicher der captain damals ein kumpel war nicht mehr sicher und ja dann war es mal so eine sekunde klar zwei unerfahrene piloten ja wie viel hatten wir da 30 stunden ist schon schwierig was wir dann in der situation machen im endeffekt sind wir dann schnellstmöglich auf dem flugplatz gelandet in der nähe haben in unsere tanks geguckt und konnten dann feststellen dass einfach nur die anzeigen kaputt waren und wir noch genug treibstoff in unseren tragflächen hatten ja irgendwie wusste ich dass diese frage jetzt kommt ja ich würde mal sagen also mit stewardessen die aktiv mit mir zusammengearbeitet haben mit keiner weil die professionalität muss im flugzeug herrschen und wenn man dann so eine so eine erfahrung geteilt hat dann und man sich dann vielleicht hasst dann kann das nicht mehr professionell an bord ablaufen und deshalb bin ich eigentlich dagegen aber um die frage zu beantworten ja habe ich aber nicht aus meiner fluggesellschaft diese frage kann ich natürlich verneinen die uniform ist zum arbeiten da oder jetzt wie das video also auch wenn ich damals vom flug gekommen bin bin ich kurz nach hause mich umgezogen und bin dann erst einkaufen gegangen klar hatte man ein paar situation wo man danach im flug in uniform noch mal kurz nach mcdonald's ist aber dann war das halt auch nur notgedruckener weise weil man jetzt gerade in berlin gelandet ist und man möchte jetzt noch was schnell essen bevor es dann aufs hotel geht also nein ja anfaschen vielleicht aber näher wie auch nicht heißt das schlimme handy anzulassen also schlimm ist es nicht es wird dann aber nervig weil mit einem handy passiert nicht so viel aber wenn 20 30 50 leute ihr handy an lassen haben wir so rückkopplung ihr kennt das geräusch wahrscheinlich wenn ihr mit einem handy mit einem älteren handy näher an einen lautsprecher geraten so hoch rückkopplungsgeräusche hat und das ist jetzt nicht stört das ist jetzt aber auch nicht schlimm aber es ist für uns schwieriger den tower zu verstehen und die geben uns überlebenswichtige information beziehungsweise anweisung die wir natürlich auch befolgen müssen ob ich drogen schmuggeln kann ja klar vor jedem flug haben wir auch eine sicherheitskontrolle durch das flughafenpersonal es ist jetzt nicht so streng zum beispiel ich kann jetzt meine wasserflasche mitnehmen ich kann aber auch andere gegenstände mitnehmen die ein normaler passagier jetzt nicht mitnehmen kann aber wenn ich drogen schmuggeln gefährlich meinen job und das ist der job den ich liebe und den ich weitermachen möchte also irgendwo könnte ich drogen schmuggeln ja mit einem kleinen flugzeug wie man das so von pavlo escobar kennt aber dafür war mir das geld viel zu wertvoll was ich in meine ausbildung investiert habe um das mit sowas zu versauen also nein ja andreas lubitz ist halt so eine sache also mit der german wings machine ob mich das jetzt in meinem leben irgendwie verändert hat als pilot also nein klar man ist nachdenklicher bei sachen die mit der psyche zu tun haben es ist jetzt aber nicht dass ich mich persönlich jetzt dadurch einschränke oder eingeschränkt fühle klar unsere er oder die airlines haben auch viele procedures viele abläufe geändert in bezug dass wir jetzt zum beispiel wenn einer von uns auf toilette geht muss eine von der kabin besatzung mit ins cockpit also man darf jetzt im flug nicht mehr alleine im cockpit sein aber jetzt persönlich hat mich das nicht betroffen außer vielleicht noch mal in meiner ausbildung weil da wurde viel mehr wert auf die psychische gesundheit gelegt und viel mehr wert auf die psychische testung wir haben eine schlimmste erfahrung als pilot war oder ist jetzt eigentlich corona ja durch die pandemie am anfang sah es ja noch ganz gut aus dass viele airlines viele leute gesucht haben viele junge piloten auch eingestellt haben und seitdem jetzt der reisemarkt zusammengebrochen ist sind sehr viele piloten einfach nur auf dem boden und können nicht fliegen also viele meiner kollegen arbeiten jetzt in anderen branchen ich arbeite jetzt auch nicht mehr als pilot sondern habe einen ganz normalen bürojob viele liefern pizza aus viele sind taxifahrer oder busfahrer naja das ist gerade die schlimmste erfahrung als pilot aber auch in solchen situation haben wir das richtige procedure um das nachher durchzuziehen und irgendwann geht das auch vorbei und wenn die pandemie wieder vorbei ist dann seht ihr mich wieder im comment ja vielen dank dass ich hier sein durfte danke dir auf jeden fall abonniert doch mal diesen kanal like das video und hier oben gibt es noch mehr von mir und weiteren projekten von mir ansonsten vielen dank fürs zusehen und man sieht sich vielen dank fürs zusehen und